Das sind Einschläge im Führerbunker. Das sind die letzten Stunden im Führerbunker, ja? Ja. Frau Goebbels hat sich schon umgebracht mit den sechs Kindern. Das Versorgungssystem Kindfunktion ist mehr sportlich. Ich möchte nicht, dass der Führer dazwischen redet, wenn wir hier im Bunker sitzen und überhaupt nichts mehr zu fressen haben. 3.45 in Berlin, konnten wir nicht zum Supermarkt hin. Hunger hatten wir uns zwar nicht so knapp, fühlten uns schon richtig schlapp. Dann kamen wir uns auf einmal in den Zinn, wir gehen einfach zum Führerbunker hin. Zack, Tür auf und den Bunker rein, hauen wir erstmal zwei nach Wachen klein. Stuhlgewitza, Stuhlgewitza, wir despekieren alle Pizza. Stuhlgewitza, Stuhlgewitza, der nachbüren wir uns alle Pizza. Stuhlgewitza, Stuhlgewitza, wir despekieren alle Pizza. Stuhlgewitza, Stuhlgewitza, der nachbüren wir uns alle Pizza. Auf einmal steht er im Verbraun, bereit für uns zum leckeren Verdau'n. Das erste Opfer küsst sich reingezogen, doch sie schmeckte nicht ganz unterlogen. Nicht mit Tür auf, weil uns hinten ein Rind, saftig, lecker und ohne Glutamin. Es folgt gegen der Beschweinerei und unsere Total, denn die krasse Völlerei. Stuhlgewitza, Stuhlgewitza, wir despekieren alle Pizza. Stuhlgewitza, Stuhlgewitza, der nachbüren wir uns alle Pizza. Stuhlgewitza, Stuhlgewitza, wir despekieren alle Pizza. Stuhlgewitza, Stuhlgewitza, der nachbüren wir uns alle Pizza. Das war's für heute. Wenn wir uns verliehen, hören wir uns nicht an! Nazis raus, aus dem Darm! Nazis raus, aus dem Darm! Nazis raus, aus dem Darm!